Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite, hier auf Crimson Butterfly Gaming mit mir, dem Wilhelm. Falls ihr euch fragt, warum auf einmal meine Maschinen gewertet unten rechts blinkt, was es beim letzten Mal nicht getan hat, das liegt daran, dass ich gerade nochmal mein... Ich muss mein Mikro immer umstellen, je nachdem, was für ein LP ich mache. Das ist ganz schön anstrengend. Ich muss mir mal aufschreiben, welche Lautstärke ich bei welchem Videoprojekt habe. Bei Ni No Kuni 2 hatte ich es auf 66, jetzt habe ich es auf 75. Okay, muss ich mir nur merken. Das Problem ist, dass ich noch zwei andere Projekte aufnehme, deswegen... Naja. Finde das Mädchen. Ich habe... Ich habe so wenig Munition gerade, weil ich gerade ein ganzes Mal ein Ziel verschossen habe, um die Aufnahmequalität zu testen, weil ich einfach die ganze Zeit bam, 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 bam gemacht habe, während ich geredet habe. Oh, und hier ist... Hier habe ich wieder Munition bekommen. Das ist gut. Dann ist ja alles wieder ausgeglichen. Dann ist mein Sonntest wieder in meinem Magazin. Oder so ähnlich. The seed of the prophet shall sit the throne and drown in flames the mountains of man. Moment, da fällt mir gerade mal ein. Objektbezeichnungen ein. Tatsache. Da, oben links steht jetzt die Übersetzung. Das wäre vielleicht vorher schon mal nützlicher gewesen. Okay, das lasse ich jetzt am besten an. Da kann man oben links die Übersetzung sehen. Das ist doch viel einfacher. Uh, automatische Türen. Ach, und das wird jetzt nicht übersetzt? Wow, super. Danger to not approach the specimen. Ach, aber das ist übersetzt. Das Subjekt ist gefährlich. Bitte Quarantäne-Vorschriften-Bevorgabe. Das hier nicht übersetzt. Das auch nicht. Aber das. Und das. Ah. Na gut. Was haben wir denn hier? Aha. Wir haben ein Voxofon. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die meisten Jungs einen, der die Böden schrubbt. So zieht man. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen. Weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja. Sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Oh, da ist ein Portemonnaie drin. Was man nicht so alles entdeckt, wenn man mal genauer guckt. Die rote Linie. Alles klar, dann gehen wir mal weiter. Moment, das war... Zwölf Stunden Quarantäne. Morphologie. Was ist das? Ja, ihr Wachstum. Ein Jahr, fünf Jahre, elf Jahre, siebzehn Jahre. Das dürfte das Aktuelle sein, denke ich. Munition nehme ich gerne mit. Obwohl ich ja jetzt erstmal eh nicht ballern muss. 72 Stunden Quarantäne. Also hier nach, das ist schon nach Zeit 72 Stunden Quarantäne. Das, wo ich jetzt bin, das ist seit zwölf Stunden unter Quarantäne. Im Alter von vier. Okay. Transpose zwei. Im Alter von elf. Poesiebuch. Aha. Nummer drei. Alter von 13. Okay, okay. Oh, hier können wir noch mal anders hin. Stimmt, hier können wir noch ein paar Sachen entdecken. So, ähm. Da ein Woxofon. Mr. Thompson, Sir, ich habe wie verlangt die gesamten Batteriesicherungen ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht. Äh, 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 letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los. Wir verbraten in letzter Zeit kartonweise Sicherung nur für den Zip von allein. Ich kann nicht. Oh Gott, oh, äh, 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 äh. Nie mit ihr. Ich sehne jetzt mal hier um. Auf Kuh spricht man. Ah, das ist mit der Steuerung, das muss ich doch mal ein bisschen mehr reinbekommen. Äfter 5. 1911. Sie hat versucht, das Schloss zu knacken. Investigating Codes. Code knacken also. Malen. singen die haben ja alles mögliche aufgezeichnet tanzen hier haben sie Fotos gemacht ach, auch schon gemerkt sogar beim umziehen, also wirklich sonst noch irgendwelche Fotos, nein aber immerhin das Radio läuft noch, trotz 72 Stunden Quarantäne Facility Unsafe hören wir uns das mal an noch mal Leben sehen ist eine andere denn ich habe die Saat des Feuers gesehen die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird aber Elisabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich ich werde fallen bevor die Aufgabe erfüllt ist doch sie wird meine Rolle übernehmen der Herr ruft mich zu sich ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren denn sie sind das Schiff das mich in seinen Hafen bringen wird und ich trete freudig ab, da ich weiß dass Elisabeth meinen Platz auf Erden einnimmt doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege ich besteige das Schiff erst wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen dann dann ja 5, 6 Tage. Dann 18 plus 2. Ah, 24. Okay, also 7 Tage, genau eine Woche. Alles klar. Ich frage mich, wenn ich die Schriften da erneuere, dass es auch wirklich passt mit den 168 Stunden Quarantäne. Der Fahrstuhl ist aber schick. Hinter mir ging die Tür auf. Alles klar. Hat sie die kurz geknackt? Schienes Schlösser hat die hier geöffnet mit Lockpicks. Specimen Present. Nein. Kleideraum. Da müssen wir hin. Alles klar. Dann gehen wir doch mal da hin. Es ist sie. Alles klar. Ich glaube, sie hat sich am Papier geschnitten. Dining Room. Gehen wir mal weiter. Specimen Present. Ah, hier mal sie. Ah, hier mal sie. Oh Mann. Was immer das war. Es hat nichts mit meinem Job hier zu tun. Okay, die geht auf. Oh ja. Jetzt wird es Zeit, dass wir sie mal da raus holen. Ja. Da hast du wohl recht. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Bibliothek. Bibliothek. Na gut, dann gehen wir mal zu ihr. Heilige Scheiße. Okay. Ich schaffe das. Okay, es ist sehr windig und sehr hoch. Hier mal runterzufallen wäre, wäre bestimmt nicht so schön. Kann man hier runterspringen? Erstmal ausprobieren. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Äh, hallo. Hey, hallo, schluss jetzt. Willst du wohl aufhören? Hörst du jetzt auf? Ich tue dir doch nichts. Wer sind sie? Mein Name ist der Wit. Ich bin dein Freund. Ich soll dich hier raus holen. Gehen Sie weg! Sind sie echt? Ziemlich echt sogar. Kommt. Sie müssen gehen. Warum? Er darf sie auf keinen Fall hier sehen. Kleinen Moment noch, ich zieh mich gerade an. Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht. Wie wär's damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was? Was soll? Geben Sie das her. So kommen wir raus. Oh ja. Okay, jetzt wird's unschön. Wir haben jemanden verärgert, den wir nicht verärgern wollen. Das wird sich zeigen. Wer sind sie? Was wollen sie hier? Ja, ich komm ja schon. Oh shit. Ja, ja. Ja. Ja, komm schon. Was ist denn hier los? Die haben mich beobachtet? Die ganze Zeit? Warum? Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Was bin ich? Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. Oh, gut, dass der aufzugkommt. Jetzt aber raus hier. So, jetzt wird es Zeit, dass wir hier mal schnell wegkommen. Wir müssen weiter. Er nimmt das Gebäude auseinander. Sei vorsichtig, Elisabeth. Nicht jetzt. Hier oben ist eine Tür. Na komm. Aber jetzt sind wir schon wieder hier draußen. Oh, verdammt. Alles klar, auf geht's. Okay, jetzt müssen wir mal schnell die weg. Ja, jetzt geht's aufwärts. Jetzt müssen wir mal schnell here hin. No, we so... Nein, 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 nein. Es geht um Quartier. Nein, nein, nein. Es geht um Quartier. Nein, nein. Nein, nein. Und wieder sind wir in diesem seltsamen Traum. Puh. Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Sind Sie da drin, Gewitt? Was wollt ihr von ihr? Ihr habt keine Ausmachung. Ja, ist klar. Anna? Oh, okay. Und dann wollen wir vom Ladewildschirm. Battleship Bay. Anna. Anna. Nein, ich bin's. Elizabeth. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, Sie. Ich sagte, es geht schon. Ich... Ich brauch nur einen Moment. Hören Sie das? Das ist Musik. Genau, ich muss... Ich muss nur... Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. Ja, noch ein bisschen Ausruhen. Ah, Möwen. Wo ist sie? So, da sind wir am künstlichen Strand von Columbia. Sehr schön, ich hab's bestimmt noch einige Sachen zu filmen, soweit ich mich erinnere. Zum Beispiel Geld und Ananas. Jawohl, was auch sonst. Und Geld und Kaffee. Aus... Äh, einer Kiste. Hast du eine lange Frau gesehen? Äh, blauer Rock? Nein? Nein. Aber ich bin Solo, falls du eine Begleitung suchst. Ja, hau. Also. Untertitelung des ZDF, 2020